Die Österreicher, ein Baumreißer in Ruhe, Franz Wuchs, Kulturvermittler und Referent der Volkskultur Niederösterreich, Frieden. Wuchs wurde seit 20 Jahrzehnte lang intensiv und aktiv mit Volksmusik und Volkstanz, hat mit der Gründung mehreren Ensembles die Volksmusikszene in der Rindwald-Region von Klosterneuberg bewegt, hat die grafierte Musik- und Tanzformen dokumentiert und an viele Musiker und Interessierte weitergegeben und leistet damit eine äußerst wertvolle Volkskulturarbeit in Niederösterreich.